Hallo zusammen, heute machen wir diesen wunderbaren Marilyn Monroe Look und wie es dazu gekommen ist und warum ich mit Max Faktor zusammenarbeite, das erkläre ich euch jetzt. Vor ein paar Wochen wurde ich eingeladen von Max Faktor, mich mit denen in Berlin zu treffen. Und zwar habe ich dort getroffen Stefan Schmid, das ist der Make-up Artist von Max Faktor. Er hatte das komplette Sortiment dabei und wir hatten auch eine Aufgabe. Die Aufgabe war, einen Marilyn Monroe inspirierten Look zu kreieren. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ausgerechnet Marilyn Monroe? Und zwar ist es so, dass damals als Norma Jean verwandelt wurde in Marilyn Monroe, war Max Faktor maßgeblich beteiligt an dieser glamourösen Verwandlung und deswegen gibt es momentan die Kampagne Make Glamour Happen. Max Faktor hat damals tatsächlich viele Sachen auch kreiert, hat auch einen Oscar bekommen für die Looks, die er an den großen Ikonen der damaligen Zeit geschminkt hat. Und er war der Erste, der das Wort Make-up überhaupt benutzt hat. Er ist quasi der Erfinder des Wortes Make-up für all die Sachen, die wir um uns herum hier haben und täglich benutzen. Und er war auch der Erste, der Produkte auf den Massenmarkt gebracht hat, die man kaufen konnte, ganz normal als Frau. Er hat nämlich festgestellt, dass die Produkte, die er entwickelt hat, dass die Schauspielerinnen die mit nach Hause genommen haben und das auch in ihrem Alltag benutzt haben. Und deswegen hat er festgestellt, okay, wenn sie das will, die ganz normale Frau will das auch. Norma Jean, so hieß Marilyn Monroe vor ihrer Verwandlung, kam auch nach Hollywood und war damals noch brünett und natürlich super wahnsinnig hübsch und wurde dann verwandelt zusammen mit Max Faktor und er hat ihr diesen typischen Marilyn Monroe Look verpasst. Diesen tollen Look, den wir alle feiern seit 80 Jahren, der hunderttausendfach kopiert wurde. Der wunderschöne Eyeliner, der rote Lippenstift. Im Übrigen gibt es die Farbnuance noch und es ist natürlich nicht mehr genau der Lippenstift wie vor 80 Jahren. Die Produkte haben sich natürlich weiterentwickelt, aber die Farbnuance ist immer noch dieselbe. Natürlich könnt ihr auch in diesem Video etwas gewinnen. Zum einen natürlich Produkte. Die Produkte, die verlose ich hier unter diesem Video in den Kommentaren. Also schreibt mir gerne einen glamourösen Kommentar. Zu gewinnen gibt es einmal die Skin Luminizer Foundation. Dann gibt es einen der Pastel Compact Blushes zu gewinnen. Die sind so schön. Die haben so einen schönen Glow. Schaut euch die auf jeden Fall auch mal so an. Dann gibt es natürlich eine wunderbare Mascara und zwar die Masterpiece Glamour Extensions Mascara. Die sieht so aus. Und dann gibt es natürlich noch den wunderbaren Marilyn Monroe Lippenstift in der Farbe Ruby Tuesday 715. Und der sieht so aus. Das ist ein wunderschönes. Ihr kommt natürlich neue Sachen und nicht die angebrochenen, benutzten von mir. Das ist aber natürlich noch nicht alles. Es gibt auch noch eine andere Verlosung, auf die ich mich wahnsinnig freue. Und ja, sowas wollte ich halt schon immer mal machen und deswegen freue ich mich da ganz besonders drauf. Und zwar werde ich dich schminken. Wir beide, wir treffen uns und dann machen wir uns so richtig schönen Mädels Nachmittag. Und dann zeigst du mir mal so ein bisschen vielleicht auch, was du an Schminke hast und wie du immer schon aussehen wolltest. Weil wir wollen natürlich auch aus dir die Marilyn Monroe herauskitzeln. Wir wollen aus der Norma Jean die Marilyn Monroe machen in deinem Fall. Und ja, das würde ich mich total drüber freuen. Und alles, was du für den Look natürlich brauchst, kannst du hinterher natürlich auch mit nach Hause nehmen. Die einzigen Voraussetzungen sind, du solltest mindestens 18 Jahre alt sein. Du solltest total Bock drauf haben, einen Nachmittag mit mir zu verbringen. Dir sollte es recht sein, dass ich dich filme, weil ich würde das gerne mich mit der Kamera begleiten. Mitzumachen ist auch super mega einfach. Du musst einfach nur einen Instagram-Account haben, ein glamouröses Selfie von dir hochladen und die Hashtags MakeGlamourHappen und Christine Valeska zu benutzen. Und dann war es das schon. Und alle Informationen findet ihr natürlich auch nochmal hier schön unten aufgelistet in der Infobox. Ich freue mich wahnsinnig auf den Tag. Ich bin wahnsinnig gespannt auf eure Fotos. Denkt daran, die Kommentare zu hinterlassen, damit ihr auch die wunderbaren Produkt-Sets gewinnen könnt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Jetzt kommt das Tutorial zu dem Marilyn Monroe Look. Und ich wünsche euch alles Gute und bis bald! Ich fange natürlich an, wie immer, mit der Foundation. Und zwar mit der Facefinity All Day Flawless Foundation. Das Tolle an der Foundation ist, da ist Primer schon mit drin. Das heißt, ich brauche nicht vorher noch einen Primer auftragen. Und die hat so eine gute Deckkraft, dass ich die auch als Concealer benutzen könnte. Aber ich habe da noch einen extra Concealer. So, anschließend nehme ich mir meinen Concealer. Das ist in dem Fall der Master Touch Under Eye Concealer. Den gebe ich dann in so Pünktchen unter das Auge bis zur Schläfe. Und anschließend noch ein paar Pünktchen bis zur Nase. Weil ich hier auch an die Nase komme, wenn man ein paar Rötungen habe. Oder hier in der Falte und hier am Kind. So, gerade zum Highlighten ein wenig. Und dann gebe ich mir noch etwas auf die Fingerspitzen und tuffe mir das schon mal so auf das bewegliche Lid. Weil ich so starke Äderchen auf dem Lid habe. Die muss ich abdecken, damit das Augenmakeup hinterher schön aussieht. Und dann tupfe ich den Concealer ganz sanft in die Haut ein. Ich klopfe den ein, weil die Haut ja so empfindlich ist. Und die will ich nicht noch reizen. So, zum Fixieren nehme ich jetzt den Pastel Compact Puder. Das ist ein gepresster Puder. Und nehme den möglichst sparsam, weil meine Haut da eher trocken ist. Und tupfe damit ein bisschen meine T-Zone ab. Und die Augenlider. Weil ich die ja jetzt schminken möchte. Und die Reste, die ich jetzt noch am Puderpinsel habe, gehe ich dann einfach so ganz leicht unterm Auge nochmal lang. Und dann ist meine Haut von der ist noch schon fertig. Zum Konturieren benutze ich jetzt einen Blush. Das ist eine ganz, ganz super neutrale Farbe. Das ist die Farbe Nude Mouth. Die Farbe von dem Rouge ist eher bräunlich. Quast schon wie ein Bronzer. Und deswegen kann ich den sehr gut zum Konturieren benutzen. Die Apfelbäckchen nehme ich jetzt einen pinken Blush. Ebenfalls aus der Pastel Compact Blush Reihe. Und gebe den auf meine Wand. Und schon geht es ans Augenmake-up. Hierfür benutze ich die Axis Schimmer Creme Lidschatten. Einmal in der Farbe Crystal. Das ist so ein wunderschönes, schimmerndes Weiß. Und zum anderen Copper. Und den nehme ich jetzt auch als erstes. Mit der Farbe Copper werde ich jetzt ein wenig meine Lidfalte ausarbeiten. Das ist ein wunderschöner brauner Farbton. Und den gebe ich jetzt ganz vorsichtig und möglichst akkurat genau in meine Lidfalte rein. Und im Anschluss nehme ich mir einen Pencil Brush und verblende die Farbe ein wenig. Als nächstes nehme ich jetzt die Farbe Crystal und gebe die jetzt auf das bewegliche Lid. Jetzt nehme ich nochmal die Farbe Copper. Und gebe die nochmal unten ins Auge. Und dann zog ich das so ein bisschen aus. Als nächstes kommt jetzt natürlich der Eyeliner dran. Der ist natürlich absolutes Muss bei diesem Look. Ich benutze dafür den Color Expert Waterproof Eyeliner in schwarz. So, der Eyeliner sitzt jetzt. Fehlt für das Augenmerkab nur noch zwei Sachen. Zum einen ein Nudefarben-Kajal. Das ist ein Kohl-Kajal in der Farbe Natural Glaze. Der ist so ein Nudefarben. Der kommt jetzt auf die Wasserlinie. Damit sehen meine Augen ein bisschen frischer aus. So, letzter Schritt für das Augenmake-up ist natürlich die Mascara. Das ist in dem Fall die Masterpiece Glamour Extension Mascara in schwarz. So, der letzte Schritt sind meine Augenbrauen. Hierfür benutze ich die Augenbrauenstifte. Einmal in Grey Brown und einmal in Brown. Und ich fange an mit Grey Brown. Das ist dieses Grau-Grün-Braun. Und male mir feine Pärchen rein. Um meine eigenen Augenbrauen ein wenig aufzufüllen. Dann wirste ich meine Augenbrauen nochmal ein bisschen nach. In Form. Jetzt nehme ich nochmal einen etwas dunkleren Augenbrauenstift. und male mir nochmal ein paar Haare dazu. Der nächste Schritt ist natürlich der Lippenstift. Und ich möchte euch jetzt eine Kombination zeigen. Und zwar zum einen aus dem typischen, klassischen Marilyn Monroe Rot. Und ich kombiniere den, weil es ja meine Interpretation ist, mit meiner Lieblingsfarbe. Und zwar ist das Pink mit so ein bisschen Pellmutzschimmer. Und das ist die Farbe Icy Rose. Und ich fange natürlich an mit dem Lip Liner. Das ist in dem Fall der Color Elixir Lip Liner in der Farbe Wet Wash. So, jetzt habe ich soweit mit Ruby Tuesday meine Lippe ausgemalt. Und unten in die Mitte male ich jetzt noch mit Icy Rose. Jetzt nehme ich mir noch einen Lip Liner, der sehr viel dunkler ist. Und zwar in der Farbe Mouth Mistress und male damit noch ganz, ganz leicht meine Lippenkonturen nach. Und das ist auch schon mein fertiger Marilyn Monroe inspirierter Look. Und da sehr gut geht.